So Freunde, ein neues Video hier auf diesem Kanal, aber kein Chartvideo, keine Coinvorstellung, sondern mal eine kleine persönliche Warnung meinerseits, was da draußen momentan so ein bisschen vorgeht. Warum ich dieses Video jetzt gemacht habe? Einerseits natürlich, weil wir seit Monaten nur noch über Memecoins, diesen Memecoin, der Memecoin, da ist wieder ein neuer Memecoin auf Solana entstanden und sonst was reden. Die Dinger werden gehypt bis zum Gehtnichtmehr am Anfang. Wir hatten ja jetzt erst vor kurzem letzte Woche Beercoin und sowas, der von Prinz Markus, Luciano, also von wirklich sehr sehr vielen Persönlichkeiten übel nach oben geschillt wurde, was auch gut Marketing natürlich gebracht hat, aber im Endeffekt wissen wir jetzt genau, wo dieser Scheißcoin jetzt wieder ist, ganz unten. Und die, wo zuletzt auf diesen Zug aufgesprungen sind, ja, die haben halt Pech gehabt. Krypto ist Risiko, damit kann man sich fein rausreden und sonstiges. Und ein zweiter Grund, warum ich dieses Video erstellt habe, ist, weil ich vor zwei, drei Tagen schon diesen Ding hier gesehen habe mit Coinbase-Direktor enthüllt, dass im April eine Million neue Token erstellt wurden. Der Artikel scheint schon vom 15. Mai zu sein, ist mir aber irgendwie erst gestern, ja, angezeigt worden. Und das ist schon krass. Wenn wir mal so überlegen, wie viele Coins es überhaupt gibt und plötzlich sehen wir einfach so eine Million mal in einem Monat, ist das schon sehr sehr heftig. Auch wenn man sich mal so die Zahlen so ein bisschen anguckt, 886% der neuen Token auf der Ethereum-Blockchain, Layer-2-Netzwerk. Und wenn man uns dann mal diese Grafik hier ein bisschen genauer anguckt, da seht ihr ja im Endeffekt auch, dass dieser Anstieg, den wir jetzt im April hatten und der wahrscheinlich immer, immer mehr wird, dass das einfach unnormal ist und wir hier in einer absoluten Bubble leben oder was weiß ich, was hier da draußen geistesgestört ist, einfach vorgeht. Das gleiche sieht man dann natürlich auch, wenn man mal so ein bisschen auf Decks-Screener hier ein bisschen guckt und sich einfach mal so anschaut, was so jetzt neue Pairs sind. Nur noch Shitcoins, meistens natürlich auf der Solana-Blockchain, weil es natürlich deutlich günstiger ist. Nur noch Bullshit. Ich habe mich gestern mit einem sehr, sehr guten Kumpel getroffen, der auch ein bisschen Geld in Shitcoins investiert hat. Bei manchen ist es gut gelaufen, bei manchen einfach voll von Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber gut, ich sage jetzt auch mal so, ich halte mich mehr, wenn dann, im Low-Cap-Bereich auf, mit Projekten, die auch was erreichen möchten oder wollen und nicht im Shitcoin- oder Meme-Coin-Sektor. Nur noch Bullshit da draußen, aber es wundert mich auch ehrlich gesagt nicht. Weil da kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt und das ist YouTube. YouTube ist die perfekte Verbreitung von Shit und Meme-Coins und ich mache hier 500.000% und werde Rich-Ass-Fuck-Motherfucker. Hoffentlich darf ich das so sagen, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Aber täglich werden neue Pre-Sales gechillt. Oh cool, da ist ein Video von mir. Neue Videos gechillt mit neuen Shitcoins, was hier alles abgeht und was weiß ich so. Pepe-Coin-Killer, Pepe 2.0, Dogecoin 2.0 und sowas. Und die Leute kaufen den Mist, natürlich auch, weil YouTuber das auch natürlich bis zum, geht nicht mehr, einfach nach oben hin chillen. Aber warum? Viele von diesen Projekten, ich würde sagen vieles, aber auch ich wurde mal angeschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie diese Seite hieß. Da werden Pre-Sales meistens von einer gleichen Firma oder sonstiges durchgezogen. Es sind meistens immer die gleichen Websites, also die Websites sind gleich aufgebaut, wo irgendein komischer Meme-Coin, ja sie wollen das und das erreichen und du kannst ein Pre-Sale hier machen. Also du als YouTuber kriegst dann, je nachdem wie viel Follower du halt hast oder wie du es verbreiten kannst, hier ein bisschen Kohle. Die meisten, und das ist das gleiche wie im amerikanischen Raum, da sieht es nicht anders aus, weil das auch ein Typ war, der mich glaube ich aus Dubai angeschrieben hat oder sonst wo. Und so funktioniert die ganze Scheiße. Also jetzt nicht bei allen, aber ich sage jetzt auch immer so 5-10% von diesem ganzen Meme-Shit, der auf TikTok, YouTube und sonst wo gechillt wird, ist auf jeden Fall mitunter auch bezahlte Werbung einfach, um euch reinzukriegen und dann wird sofort gerackpullt. Und guckt euch einfach mal die ganzen Projekte an, welche von diesen ganzen Meme-Coins überhaupt noch auf dem Markt sind oder wie die Kurse einfach danach aussehen. Das ist ja auch so ein Ding, wo man mal ein bisschen drauf achten muss. Und die wenigsten werden damit viel, viel Kohle machen, aber es bringt halt Klicks bis zum Gehtnichtmehr einfach. Warum ich jetzt dieses Video eigentlich gemacht habe, war eigentlich eher, weil ich geschockt bin, weil mich zuletzt mehrere Leute auch mal angeschrieben haben, hey, wie kann ich traden lernen, wie kann ich mich mit dem Kryptomarkt auseinandersetzen, dann ist ja immer meine erste Gegenfrage, was weißt du denn schon über den Kryptomarkt? Ja, ich habe hier ein bisschen in Memes investiert und sowas, weil ich das und das gesehen habe. Und das ist kompletter Unfug, sich mit Memes auseinanderzusetzen am Anfang. Bau dir erstmal ein Portfolio auf, bevor du irgendwie dein hart verdientes Geld oder sonst was in irgendwelche Shitcoins reintankst. Und ich spreche jetzt nicht von Shitcoins wie XRP, das ist was ganz anderes. Die versuchen wenigstens irgendwas zu machen, aber Memes ist für mich absoluter Bullshit da draußen, der nur darauf abzielt, entweder euch in irgendwelche Pre-Sales reinzukriegen oder euch arm zu machen, weil andere euch dann wiederum rugpullen und sowas. Wenn man das einfach hier sieht, wie viel Bullshit hier, minütlich teilweise sogar, man sieht ja, das ist alles, was in den letzten 24 Stunden gelauncht wurde. Und das ist noch nicht alles, das ist nur das, was auf Deckscreener ist. Es gibt ja noch viel, viel mehr Seiten. Das ist einfach absolut unnormal, was das mittlerweile für Ausmaße hier annimmt. Und anstatt mal sich ein bisschen besser zu informieren, solltet ihr euch vielleicht eher mal hiermit auseinandersetzen mit richtigen Projekten und vor allem euer Portfolio mit vielleicht erstmal Top 100 oder Top 50 Coins auffrischen, bevor ihr euch mit irgendwelchen Meme-Coins auseinandersetzt. Book of Meme. What für ein Bullshit. 716 Millionen Market Cap. Ich glaube, es hackt. Es ist unglaublich, wie viel Scheiße da mittlerweile in diesem Markt draußen ist. Und dass da noch eine Million neue Token oder Coins rausgekommen sind innerhalb von einem Monat, das ist unnormal. Coin Market Cap 2,4 Millionen und das ist nur Coin Market Cap. Und die listen ja auch nicht jeden Bullshit, der da draußen hier auf dem Markt verfügbar ist. Dafür gibt es dann halt sowas wie Deckscreener und sowas, wo ihr dann im Endeffekt in jedem Scheiß hier PC, Bill, Spot. Was weiß ich? Ihr müsst mir mal, ich weiß nicht, wer von euch da draußen wirklich profitabel ist mit Meme-Coins oder wer davon viel investiert. Aber ihr müsst mal reinschauen, was habt ihr schon ein Portfolio? Würde mich extrem interessieren. Macht ihr das nur aus Gambling, einfach um ein bisschen zu zocken? Oder was sind eure Intentionen da draus? Mein Ding ist jetzt hier erstmal nur ein bisschen zu warnen, dass nur weil auch YouTuber, nicht nur in Deutschland, auch Amerika ist das Ganze ja noch viel, viel bigger, dass da auch andere Interessen dahinter stehen und nicht nur, hey, ich stelle euch ein neues Projekt vor, was vielleicht 100x macht oder euch morgen einfach Pleite macht. Darum geht es meistens nicht. Also da, das war mir nur mal extrem wichtig, hier auch ein bisschen drauf vorzubereiten, weil nicht alles, was hier so schön in den Thumbnaids aussieht, ist dann im Nachhinein das Gleiche. Oder ist es dann auch wirklich schön. Genauso wie diesen Watercoin, der dann als nächstes gechillt wird. Also nach Bier kam ja dann Watercoin. Gleicher Bullshit. Ich habe da nicht investiert, weil ich keinen Bock darauf hatte, weil ich, keine Ahnung, da investiere ich lieber in Bitcoin und weiß, dass es langfristig sinnvoller ist und sowas. Also ganz ehrlich, nur mal kurze Warnung, weil dieser Artikel hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aufschrecken lassen. Ich weiß nicht, was da draußen einfach vor sich geht. Der Kryptomarkt ist einfach nur noch, hat sich in den letzten Monaten sehr viel zum Negativen entwickelt. Und ich glaube, das ist auch die Liquidität, die wir auch bei Bitcoin oder die uns bei Bitcoin möglicherweise fehlt. Und was mich auch noch ein bisschen so ein bisschen dazu führen lässt, dass dieses Szenario mit 52.000 oder sogar 42.000 dem Markt nur gut tun würde. Den ganzen Markt ausspülen mit ganzen Memes, alles wirklich flachlegen, was da draußen noch möglich ist und dann ein neues Leben beginnen ohne Meme-Coins bzw. mit einem gesunden Anstieg. Weil das ist nicht normal, das ist nicht normal und das ist sowieso nicht normal. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem so einen kleinen Einblick geben in meine kleine Gedankenwelt, weil es eher so ein spontanes Video, aber es hat mich einfach absolut angepisst, was da draußen momentan so ein bisschen losgeht und ich bin momentan wieder so ein bisschen in meiner Phase, wo ich das machen kann. Aber gut, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch trotzdem ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und lasst trotzdem gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommt gerne in die Telegram-Gruppe und dann war es das von mir. Ich wünsche euch jetzt trotzdem noch einen schönen Start ins Wochenende. Verpasst nicht eure Kohle für irgendeinen Scheißdreck da draußen, geht in die Sonne, macht was für euch und dann war es das von meiner Seite. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.